Leute, ich habe ein paar interessante Informationen für euch. Ich habe den Octane Prestige Skin für euch, ich habe den Dive Trial, ich habe den Finisher. Ich habe die ganzen Skins, die ich euch gleich vom Midseason Update und dem neuen Event zeigen möchte. Doch, ihr seht schon, dieses Video wird unterstützt vom Creator Network. Das bedeutet für euch, es gibt wieder mal drei Coin Codes für euch zu gewinnen. Wer lange genug dabei ist, der weiß mittlerweile, dass es immer so war, der erste Gewinner. Nicht immer, es war jetzt seit einiger Zeit, ist es so, der erste Gewinner kriegt 1000 Coins, der zweite 6700 und der dritte fette 11500 Coins. So könnte es diesmal wieder sein, es ist noch nicht ganz durch, aber ich habe darum gebeten, es wieder so zu machen, dass jeder Gewinner gleichermaßen 6700 Coins bekommt. Dann fühlt sich nämlich der allererste von den drei Gewinnern mit den 1000 Coins nicht als der kleine Verlierer, obwohl er ein Gewinner ist. Ich finde es irgendwie geiler, wenn jeder dieselbe Höhe an Coins bekommt. Deswegen habe ich mich jetzt dafür ausgesprochen. Schauen wir mal, ob das klappt. Im Zweifel ist es dann so, dass der erste halt wieder 1000 Coins bekommt und so weiter und so fort. Also, dieses Video wird präsentiert vom EA Creator Network. Soweit habe ich das jetzt ausgesprochen. Leute, aktuell ist es leider so, dass wir ein bisschen schwierig ins Spiel kommen. Ich hatte jetzt eine Weile lang Probleme, überhaupt reinzukommen. Ich habe es jetzt reingeschafft. Ich möchte euch jetzt ganz flott mal die ganzen Skins zeigen aus dem Event. Also alles, was legendär ist und die Deathbox und natürlich das neue Erbstück oder das Artefakt. Und dann möchte ich euch den Octane Prestige Skin zeigen, der wahrscheinlich noch in Season 20 kommen sollte. Jetzt beim nächsten Collection Event, wenn das hier vorbei ist, irgendwann kurz vor Ende der Season 20. Wir wechseln jetzt einfach mal hier in diese Ansicht und dann gehen wir mal ganz flott hier durch. Das meiste habt ihr vielleicht schon im Trailer gesehen. Ich zeige euch trotzdem jetzt mal ganz flott alles. Der Revenant Skin, ultra, ultra sexy. Dann haben wir den, finde ich richtig, richtig geil von Ballistik. Wir haben Horizon, auch nicht schlecht. Alles im gleichen Stil, sieht ultra, ultra nice aus. Naja, die Maske von Bloodhound ist jetzt nicht ganz so meins. Aber die Optik, so ein bisschen Mafiosi mäßig. Es sieht ultra, ultra stark aus. Und Lifeline. Halt die Luft an Lifeline ist absolut genial geworden, muss ich sagen. Hat so ein bisschen was Michael Jackson Smooth Criminal mäßiges. Absolut genial. Dann geht es weiter mit den Waffen. Meine geliebte G7. Absolut edel. So einen ähnlichen Skin hat sie schon. Die Nemesis ebenfalls. Ultra, ultra stark. Ich fand schon immer dieses Schwarz-Gold oder Allgemein-Gold im Style richtig geil, weil ich bin ein COD-Kind. Da habe ich gerne auf die ganzen goldenen Tarnungen gesuchtet. Oder auch Dark-Matter-Tarnungen und den ganzen Spaß. Die Vault sieht ja unverschämt geil aus. Halt die Luft an. Ach, die haben alle diesen Totenkopf in der Mitte. Die Eva-8 auch sehr, sehr nice. Und so hat auch das Erbstück oder das Artefakt ebenfalls diesen Totenkopf. Die 301 auch ultra nice. Ich muss schon sagen. Ich glaube hier ist beim Ziehen der Seltenheitsgrad nicht wie beim Final Fantasy Event. Dieser Seltenheitsgrad, der wurde hier wieder rausgenommen. Es gibt auch hier wieder die Chance in diesen 36 Packs. Man kann sich glaube ich in diesem Event zwei freispielen. Achtung, ganz wichtig, im Final Fantasy Event war es so, wenn du das ganze Event schon durchgepayt hast, hast du nicht die Chance, wie hier in diesem Event-Pack. Musst du hier nach unten drücken, wenn du hier in dieser Ansicht bist. Event. Musst du hier nach unten drücken. Dann könnte ich jetzt hier. Also ich muss täglich spielen gewisse Herausforderungen. Die sind nicht kompliziert. Du musst einfach zocken. Jeden Tag refreshen sich die Herausforderungen. Eigentlich, wenn du regelmäßig zockst, ist es kein Problem, die letzte Stufe zu erreichen. Und dann kannst du dir glaube ich zwei, maximal drei Event-Packs aus eigener Kraft freischalten, ohne dass du Geld ausgeben musst. Und es gibt eine Wahrscheinlichkeit von hier einem Prozent oder unter einem Prozent, das Erbstück oder das Artefakt, nenn es wie ihr wollt, aus so einem Pack zu ziehen. Es ist nicht so, dass ihr alles freischalten müsstet. Bei mir im Final Fantasy Event war es glaube ich sehr spät. Ich glaube von 36 das 33. Pack war es. Und dann hatte ich endlich das Buster Sword. Ich zeige euch vorher mal, bevor ich das hier vergesse, die Death Box. Und die finde ich als absoluter Final Fantasy, muss ich trotzdem sagen, ist die Death Box deutlich geiler. Weil die optisch viel besser gelungen ist und auch optisch viel, viel mehr hermacht. Preislich muss jeder für sich natürlich selber entscheiden, ob es das wert ist. Aber wenn jemand von euch ein glücklicher Gewinner hier in diesem Video sein sollte, kommt er vielleicht dieser Death Box oder einem Skin seiner Wahl sehr, sehr nah. Und wenn ich es richtig gesehen habe, leider, die Frage kam nämlich im letzten Patchnote-Video, wenn ich das hier richtig sehe, kannst du die Packs nicht mit Coins kaufen, wenn ich das hier richtig sehe. Zumindest sehe ich es jetzt hier nicht irgendwie anders. Ich kann jetzt hier nicht drauf gehen und sagen, hier, ich möchte es mit Coins bezahlen. Scheint nicht zu funktionieren. Aber, und das haben viele nicht auf dem Schirm gehabt, schon im letzten Event, da hieß es nämlich 300, 400 Euro, was so nicht ganz richtig ist. Weil, schaut mal hier genau hin. Ich gehe mal auf Kaufen. Das erste Event-Pack ist nämlich erstmal nur 100. Dann bezahlst du für die nächsten vier Packs, nur natürlich in Anführungszeichen, bezahlst du 1.200 und dann kannst du das in vier Packs-Schritten kaufen. Das wird natürlich irgendwann immer teurer, bis du zum Schluss maximal 4.000 Coins für vier Packs bezahlst. Also müsste grob ungefähr bei demselben Preis sein wie bei einem Collection-Event. Ganz, ganz wichtig. Du könntest übrigens auch das erste Pack mit Crafting-Metallen kaufen. Würde ich aber, glaube ich, nicht machen, weil 1.600 Crafting-Metalle sind, glaube ich, wertvoller. Gibt es noch irgendwas zu zeigen? Achso, habe ich jetzt das Erbstück schon gezeigt? Moment. Hier gehen wir natürlich nochmal drauf. Ich stehe immer noch auf dem Schlauch und ich kann euch immer noch nicht hundertprozentig sagen, ist das nachher eine Art Erweiterung oder ist das die Grundausstattung für ein wirklich, wie es Leaks sagen, mehrere Artefakte, die von Season zu Season dazukommen, dann erweiterst du dieses Ding. Ich glaube eher nicht. Ich denke, dass dieses Ding eigenständig ist, aber so hundertprozentig kann ich es euch leider nicht sagen. Alle anderen Skins, die spare ich mir jetzt hier für dieses Event. Und ich würde sagen, hier springen wir, gibt es noch irgendwelche Special Offers? Ich gucke mal kurz. Irgendwelche Sonderangebote? Nö. Geht auch übrigens hier davon aus, ich bin zwar nicht hundertprozentig konform, es hat jetzt Respawn nicht bestätigt, aber es kann sein, dass dieses Erbstück-Artefakt, wie auch immer, nach dem Event komplett für immer verschwindet. Also glaube ich auch nicht, dass dieses Teil erweiterbar sein wird. Weil wenn jetzt in Folge-Seasons immer wieder irgendwelche Erweiterungssets kommen und du die Grundausstattung aber nicht hast, dann macht das keinen Sinn. Also entweder so oder es kommt dann nach dem Event in den Store ganz normal rein. Du kannst es mit Splittern kaufen und dann werden wir sehen. So, wir wechseln jetzt auf Twitter. Natürlich nicht Twitter, sondern X. Ich kann es mir einfach nicht merken. Ich habe mir das jetzt mal gespart, das hier alles so rauszuziehen und nicht einzublenden, weil die bewegten Bilder von dem Octane Prestige Skin oder Mythic Skin sind leider in der Qualität nicht ganz so geil. Deswegen zeige ich euch das jetzt hier direkt auf Twitter. Und wir fangen mal an. Ich zeige euch noch ein paar andere Sachen, die jetzt gerade frisch geleakt wurden, nachdem das Mid-Season-Update rausgekommen ist. Und geht mal davon aus, dass es in den nächsten Tagen da noch mehr gibt. Auch übrigens, Coins-Verlosung sage ich euch natürlich auch gleich noch, was ihr machen müsst, um gewinnen zu können. Das ist natürlich auch noch völlig klar. Wir fangen mal an hier mit diesem... Moment, ich mache mal meine Kamera noch ein bisschen höher. mit diesem wunderschönen Alternator Skin für Valkyrie. Dann haben wir hier die 99. Das sieht aber auch geil aus. Die 45. Und die Elster sieht auch richtig nice aus. Weiter im Text. Wir haben die 301. Dann haben wir die Nemesis... Alter, die Nemesis sieht ja ultra, ultra genial aus. Geht man davon aus, dass das Skins sind, die passen zu dem Prestige-Skin für Octane ist. Dann haben wir noch die Hemlock. Also ich habe so langsam das Gefühl... Und es gibt noch ein Nemesis-Skin. Ich habe so langsam das Gefühl, dass sich Respawn in letzter Zeit wieder anders Mühe gibt. Also in den letzten 2-3 Seasons waren teilweise die Skins nicht alle so mega, mega geil. Aber es geht wieder in eine Richtung, wo ich sage, da kommt schon ein bisschen was Cooles bei rum. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, dann haben wir hier noch ein Recolor für einen sehr beliebten Wraith-Skin. Dann haben wir noch ein Wingman-Skin. Und gleich kommt noch ein Revenant-Skin. Das ist so ein bisschen Dragonball-lastig. Anime-Event kennt man ja. Das sieht absolut nach Freezer aus. Sieht euch das rein, wie genial Revenant mit diesem Recolor aussieht. Also finde ich absolut stark. Und passend dazu natürlich wieder der Flatline-Skin. Den kennen wir ja schon. Er hat ein bisschen anderes Ironside als der Standard-Skin. Aber nach wie vor ist natürlich der Battle-Pass-Skin der geilere. Dann haben wir noch einen Lifeline-Skin. Relativ unspektakulär. Das ist natürlich auch sehr, sehr witzig. Ich glaube hier tatsächlich, dass das so ein bisschen... Das müsste... Ja, natürlich. Es kommt wahrscheinlich wieder dieses Anime-Event. Also ist das eine Mischung aus dem Octane-Gedöns, was ich hier gerade erzähle. Und dem Anime-Event. Das sieht so ein bisschen Muten-Roshi-mäßig auch Dragonball-lastig aus. Würde ich sagen, also wer sich mit Dragonball ein bisschen auskennt, Muten-Roshi, der Herr der Schildkröten, könnte ich mir zumindest so vorstellen. Caustic, alter. Der ist ja auch richtig, richtig edel. Dann haben wir... Der Skin ist außergewöhnlich. Also sehr, sehr Ash-untypisch, finde ich. Dann haben wir den nochmal für Watson. Wir haben Rampart. Da bin ich mir noch nicht so sicher, was ich dafür halten soll. Aber der Skin sieht auch ultra, ultra nice aus. Hatten wir gerade auch passender zu den Alternator-Skin, der sehr, sehr edel aussah. Und wir kommen zum Prestige-Skin für Octane. Wir haben Stufe 1 optisch sehr geil. Stufe 2 auch sehr geil. Aber ich gewöhne mich langsam daran, dass die Tatsache, dass die Stufe 1 Prestige-Skins meistens geiler aussehen als die letzten Stufen. So ging es mir auf jeden Fall beim Wraith-Prestige-Skin. Und so geht es mir auch beim Revenant-Prestige-Skin. Und ich habe bei dem genau das gleiche Gefühl. Wobei, bei Wraith ist es eher Stufe 2, den ich favorisiere. Stufe 3, bin ich ganz ehrlich, gefällt mir überhaupt nicht. Schade eigentlich. Also diese zwei WLAN-Antennen, das ist mir too much. Keine Ahnung. So Hammer-High-mäßig. Da finde ich, ich finde eigentlich Stufe 1 am besten, muss ich sagen. Leute, schreibt mir in die Kommentare. Aber zusätzlich zu den Anforderungen für die Coin-Codes natürlich würde ich eher, ich würde eher den favorisieren. So meine Meinung. So, hier haben wir noch ein bisschen mehr, bevor wir gleich zum, ach wir machen erst mal, komm wir machen erst mal. Wie gesagt, ich mache das jetzt nicht größer, weil das extrem verpixelt ist. Die Qualität ist nicht die geilste. Das ist der Dive-Trial, passend zum Octane-Skin. Es sind, jetzt erkenne ich, es sind tatsächlich Haie. Es sind tatsächlich Haie. Das sieht ja schon geil aus. Die beißen richtig so zu. Kann man es erkennen? Ich denke schon. Also passt meine Aussage auch zu diesem Hammer-High so ein bisschen. Okay, wenn man jetzt so ein bisschen, kann ich nicht größer machen, schade. Doch, passt. Passt zu dem so ein bisschen. Und hier ist der Finisher. Der ist extrem schnell, Alter. Du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Also der Wirbel mit diesem, mit diesem Lila-Effekt. Das sieht schon echt, echt, echt nice aus, muss ich sagen. Jetzt gucken wir uns mal noch hier diesen Skin für Wraith an. Oh, der ist hier. Also ich hätte jetzt nicht gleich erkannt, dass es Wraith ist, aber sieht der geil aus. Man sieht es an der Haltung der Hand. Aber mit Cappy. Das sieht echt stark aus, muss ich sagen. Oh mein Gott, ist der geil. Newcastle. Okay. Der sieht auch geil aus. Loba. Oh mein Gott, der ist auch stark. Das ist doch mal ein Vantage-Skin. Ich bin ganz ehrlich, ich spiele Vantage gerne, aber die hat in der Vergangenheit, seit Release so Skins bekommen, wo ich mir denke, es ist eine Pummelfete. Das meine ich jetzt nicht böse, aber die Legende ist so gut, aber die Skins sind irgendwie immer nicht so genial. Und der Skin gefällt mir auf jeden Fall bis jetzt von allen, die so rauskamen, am besten mit der Maske. Ja, das sieht schon ein bisschen, ein bisschen nice aus. Leute, jetzt verbleibe ich noch mit den Worten, was ihr tun müsst, wenn ihr die Coins gewinnen wollt. Natürlich für alle, die schon lange, lange dabei sind. Ihr wisst Bescheid. Natürlich meinen Kanal abonnieren. Wie immer. Optional den Daumen nach oben. Das wäre sehr, sehr geil. Ein Kommentar. Verbindet es gerne mit den ganzen Skins, die ich euch gerade gezeigt habe oder welche Stufe von den drei Prestige Skins ihr am ehesten feiert. Vergesst nicht, das Codewort Coins mit reinzuschreiben für den Zufallsgenerator. Schreibt bitte unbedingt auch rein, natürlich auf welcher Plattform ihr spielt. Ganz, ganz wichtig. Xbox, PC, Playstation und natürlich auch die Switch kann gewinnen. Wir hatten, glaube ich, bis jetzt einen einzigen Switch-Gewinner in den ganzen Verlosungen und wichtig natürlich Instagram, damit wir miteinander kommunizieren können und derjenige, der dann im Folgevideo gezogen wird, der meldet sich bei mir via Instagram und sagt, Hallo, ich bin hier. Dann verifizieren wir noch schnell über YouTube und Instagram, ob du du bist und geht mal davon aus, dass ich nicht in diesem Video wie in dem letzten Patchen und Video für Season 20 alle drei Gewinner gleichzeitig ziehe. Im nächsten Video ziehe ich den ersten Gewinner und dann müssen wir halt mal schauen, dass ich ein bisschen Apex-Content zusammen bekomme für ein paar Folgevideos, wo ich die nächsten Gewinner auf jeden Fall ziehen kann. Sie werden auf jeden Fall alle innerhalb des Events gezogen, sodass ihr natürlich auch was von den Coins habt. In diesem Sinne bleibe ich gespannt, was noch so alles kommt in den nächsten zwei, drei Wochen. Es werden sicherlich noch ein paar Leaks kommen, weil die Datamine gerade wieder fleißig in den Quellcodes rumschnüffeln. Ihr seht es ja gerade, was ich hier euch gezeigt habe. Da kommt bestimmt doch ein bisschen mehr an Details für Season 21 ans Tageslicht. Das werde ich sicherlich mit den Folgeverlosungen in Verbindung bringen. Also ihr wisst Bescheid, was ihr zu tun habt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Hau rein, ciao.